2014 hatte ich mit diesem YouTuber Beef, Leute. Ich hatte einfach Beef, COD-Beef, in der COD-Szene. Ich habe so ein Video gegen ihn gemacht. Es gibt so einen YouTuber meiner Szene, wo ich mir wirklich denke, ich bin so richtig fertig gemacht, blablabla. Aber er war auch echt ein kleiner Wichser. Und irgendwann, vor zwei Jahren, haben wir uns dann ausgesprochen. Also, alles wieder cool. Ja, alles cool. Ab und zu schreiben wir uns sogar auf Instagram. Und der Beef, der war mit Lana Rhodes. Kennt ihr Lana Rhodes? Wir haben uns halt gebeeft, weil sie wollte, sie wollte halt nicht machen. Und ich dachte, ich war voll enttäuscht, wisst ihr. Ich dachte, sie macht das, aber nein. Der YouTuber ist Playtitos. Er hat YouTube immer gemacht, wisst ihr. YouTube gemacht, gemacht, gemacht. Und von 2016 bis 2020 war der einfach weg. Und dann hat er jetzt anscheinend eine Serie-Reihe gestartet, die heißt Vom Junkie zum YouTuber. Der erzählt jetzt einfach mal seine Drogen-Story. Und ist doch einfach mal interessant zu wissen, so mäßig wie, warum ist er drogenabhängig geworden? Und wie ist er zurück wie der YouTuber geworden? Ich habe mal ein Jahr lang geraucht, habe ich euch schon mal erzählt, als kleiner Pisser. So, ne, als ganz kleiner Pisser habe ich mal geraucht. Ein Jahr lang, ich glaube persönlich auch sogar im Nachhinein, dieses Rauchen hat damals vielleicht meinen Krebs beigesteuert, dass ich Krebs dann irgendwann hatte. Ich habe auch natürlich Alkohol getrunken und hier und da. Aber ich habe noch nie aber Tabletten geschmissen oder halt auch was Härteres genommen. Weil ich hatte den Drang jetzt noch nicht dazu. Und ich habe auch jetzt noch nicht das verlangt. Ich hatte auch ganz schlimme Erfahrungen mit Gras gemacht. Da habe ich auch Videos von mir jetzt so auf YouTube, übelst einen Abschluss auf Gras hatte. Ja, das geht wirklich, Leute. Man kann auch einen Abschluss auf Gras haben. Weil ich habe so viel konsumiert, dass ich eine Panikattacke bekommen habe. Und dachte, ich sterbe. Obwohl es in Anführungszeichen nur Gras war, weil von Gras kannst du an sich eigentlich nicht sterben. Es gibt, glaube ich, ein Todesfall auf der Welt, was Gras angeht. Weil wenn du eine Überdosis von Gras hast, schläfst du eigentlich in der Regel einfach nur ein. Ist mir auch passiert, ich hatte eine Überdosis von Gras. Hatte eine Panikattacke deswegen. Dachte, ich sterbe. Dann bin ich einfach eingeschlafen und am nächsten Tag aufgestanden. Dann ging es mir wieder gut. Aber ich habe auch mal eine schlimme Erfahrung schon gemacht. Letztes Mal habe ich aufgehört an dem Punkt, wo ich prinzipiell keinen Job hatte. Meine Schule abgebrochen habe. Marihuana abhängig war. Einen kriminellen Freundeskreis hatte. Digga, es ging ja weiter. Schule abgebrochen. Freude abhängig gewesen. Freunde, die kriminell sind. Bro, wo warst du gelandet? Der Step in der Geschichte war letztes Mal, dass ein Kollege um die Ecke kam. Eine weiße Tüte vor die Nase gehalten hat. Also weiße Tüte, Kokain halt, ne? Jeden Tag Drogen konsumiert wurde. Jeden Tag, Tag ein, Tag aus, von morgens bis abends, wurde immer Drogen konsumiert. Viele Monate danach haben wir ausschließlich Marihuana konsumiert. Hin und wieder des öfteren Alkohol, natürlich auch abends. Aber die Hauptdroge war Weed. Und dann kam, wie gesagt, ein Kollege mit einer Tüte weißem Pulver um die Ecke und fing sich an, Nasen zu ziehen. Ja, schon krass, wisst ihr? Ich habe mal letztens mit einem Kollegen geredet. Der hat mir erzählt, er hat zweimal seit dem Koks genommen. Nach dem zweiten Mal war er so fast abhängig. Und nach dem dritten Mal hat jemand gesagt, ey, willst du auch nochmal? Meinte er, es war übel schwer Nein zu sagen. Er hat richtig geschwitzt um mich. Er musste schwitzen beim Nein sagen. Er war übel verlockend. Nach zweimaligen Konsum war er schon so abhängig. Fing dann an, Woche für Woche verschiedenste Arten von Drogen auszuprobieren. Bis hin zu Ecstasy, Kokain, Pilze, diverse andere Sachen. Der Typ war ja richtig auf dem Trip, Digga. Haut sich Weed rein, Alkohol, dazu dann nochmal Kokain, dann mal ein paar Ecstasies, Digga. Der Typ wollte aber auch die Sonne sehen. Fass ich da einfach nur neben, Leute. Ich habe mir das mit angeguckt. Ich habe ihn sogar versucht, immer das auszureden. Das weiß ich auch noch wirklich ganz genau. Ich habe ihm immer gesagt, so, ah, Bruder, lass die Scheiße sein, so. Lass nur Weed rauchen, Mann. Wir sind Kiffer, Digga. Wir sind Kiffer. Scheiß auf sowas. Und wir waren draußen hier in der Stadt mit einer Gruppe von Kollegen. Mein Kollege war auch mal wieder dabei. Was bringen denn Drogen? Dazu muss ich echt was sagen. Das frage ich mich auch immer. Aber du musst halt so sehen. Digga, Drogen betäuben dich. Das heißt, dir geht es irgendwie schlecht. Oder du hast eine schlechte Erfahrung gemacht. Du wirst vielleicht dramatisiert, weil du deine Kinder vielleicht vergewaltigt worden bist. Sonst was. Und Drogen helfen, in Anführungszeichen, dir dabei, das zu verdrängen. Dich zu betäuben. So gesagt. Ich betäube meine Sinne. Vielleicht kennt ihr das nicht. Aber meiner Meinung nach ist es nicht die richtige Lösung, seine Probleme in Alkohol zu tränken oder in Kokain. Was wird dir das Problem nicht wegschaffen? Das Problem, Probleme häufen sich ja dadurch. Aber das sieht man nicht. Auf kurze Zeit gesehen, bringt dir das Kokain was. Weil du denkst, oh geil, Digga. Ich kann hier chillen. Ich denke nicht mehr an meine Probleme. Aber auf langen Zeit gesehen, die Probleme werden ja immer mehr und mehr. Und damit du diese ganzen verdrängen kannst, wirst du immer mehr Kokain oder mehr irgendwas anderes halt, welche Art von Drogen halt. Damit du von davon immer weiter sich das verdrängen kannst. Aber das ist halt eigentlich die richtige Lösung. Schön ein paar Nasen Amphetamine gezogen hat. Und wir saßen in seinem Auto. Ja, er ist Auto gefahren. Das ist auch nochmal so ein Ding. Leute, fahrt niemals unter Betäubungsmitteln. Es gibt nichts Schlimmeres. Es ist wirklich, vertraut mir, vertraut mir wirklich, fahrt niemals unter Betäubungsmitteln. Das ist ja auch arflich. Wenn du Auto fährst, gleichzeitig besoffen bist oder so, bist du einfach ein Huren so. Fährtest damit andere Menschenleben, Digga. Und kannst Menschen damit töten. Nur weil du dir unbedingt ins Auto setzt. Hol dir ein Taxi, Digga. Gib mir auch mal eine. Heute will ich das mal ausprobieren. Tage und Stunden und Wochen hat er immer, wenn ich ihm versucht habe, diese Drogen schlecht zu reden, hat er immer gesagt, Digga, das musst du mal ausprobieren. Zieh dir mal eine Nase und du wirst sehen, es ist so geil. Und hat es immer gut geredet und das war natürlich ein unfassbarer schlechter Einfluss. Er hat mich immer, oh Junge, was ein Kackeinfluss. An diesem Abend habe ich mir dann so gedacht, ah ja gut, okay, eine Nase kann man ja mal ausprobieren. Kann man? Das habe ich auch mal gedacht. Aber nee, ich glaube, das geht dann eine richtig falsche Nummer, wenn du eine Nase und ziehst. Vor allem Kokain ist auch sehr, also das Kokain macht ja sehr süchtig. Kann man ja mal ausprobieren. Leute, ich will euch nicht dazu animieren, Drogen zu nehmen. Aber ich sage mal so, solange das alles in dem Rahmen bleibt, kann man machen, was man will. Vertraut mir Amphetamine, der Teufel in Person. Diese Droge, diese Droge tötet eure Seele. Oh, Digga, das ist auch abschreckend. Ich wollte es auch eigentlich gar nicht machen. Ja, du hast Kollegen. Alle deine Kollegen kiffen. Alle deine Kollegen nehmen Drogen. Dann willst du natürlich irgendwo auch, wenn du es dir zugibst. Ich schätze mal, du gibst es zu, weil du ja schon sehr reflektiert darüber redest. Bist du einfach beeinflussbar und denkst, ja Gruppenzwang, ich muss jetzt. Und ich sage euch eins, Leute, ich habe diese Nase gezogen. Ich hatte das Gefühl, fünf Sekunden, nachdem ich diese erste Nase gezogen habe, wusste ich direkt, oh mein Gott, ich bin abhängig. Du bist so einer Nase und deine erste Rektion, Digga, ich bin abhängig. Ich dachte, sowas genießt man erst mal so. Und dann so, Bruder, Digga, und erst mal so, ey Bruder, was passiert hier? Der Adrenalin ist so krass gestiegen. Ich hatte so einen krassen, so einen krassen Flash, Leute. Ich war von jetzt auf gleich, ich war so frisch im Kopf. Das hört sich jetzt positiv an. Ist aber einfach negativ. Habe ich auch mal gehört, Leute. Anscheinend ist es so, ein Typ hat mir mal erzählt, er war komplett sturzbesoffen. Und er hat die Nase gezogen. Und er meint, er war komplett nüchtern plötzlich. Ich schätze mal, jetzt irgendwie blockt halt Kokain oder wie auch immer diese Art von mir irgendwie so das Gehirn. Dass du da nicht mehr suft bist oder komplett wach direkt bist. Und ich wusste direkt, beziehungsweise mein Gehirn hat mir direkt gesagt, was hast du da gerade gemacht? Das ist dein Untergang. Das hat mir mein Gehirn in dem Moment gesagt. Und das war auch so. Von diesem Tag an habe ich täglich angefangen, Nasen zu ziehen. Oh Gott, Digga. Richtig alter Bro. Wie abhängig warst du? Ich sag euch eins, Leute. Ich hatte den krankesten Flash überhaupt. Von jetzt auf gleich war mein ganzer Körper verkrampft. Ich hatte wirklich, ich konnte keinen Finger mehr bewegen. Meine Finger waren so irgendwie. Ich konnte die überhaupt nicht mehr spüren. Geschweige denn bewegen. Mein ganzer Körper, Hals, alles war richtig verkrampft. Und ich saß da nur so. Mir ging's todeschlecht. Mein Herz war am Rasen. Digga, was ein Scheiß-Trip ist das denn? Selbst das alles hat nicht gereicht, mich davon abzuhalten, weiterhin diese... What the fuck? Stell dir vor, ich zieh ne Nase. Ich piss mir in die Hose. Wirklich, ich piss mir hier in die Hose vor euch, Leute. Ich hab Pisse hier. Was mach ich am nächsten Tag? Ich hol mir noch ne Nase. Du hast ja gefühlt in die Hose gepisst. Also hört mal, also vergleiche zu deinen Schmerzen. Aber trotzdem weiter, oder was? Leider hab ich mich daran gewöhnt, jeden Tag nicht nur Cannabis zu konsumieren, sondern auch jeden Tag Amphetamine zu konsumieren. Kurze Zeit später kamen sogar Kokainer dazu. Bruder, was ist das für ein Scheiß-Leben? Sorry, ich muss es mal sagen, Leute. Du rauchst jeden Tag einen Joint. Du nimmst jeden Tag ne Nase. Dann nimmst du noch Kokain. Bro, was ist das für eine Kacke, in der du gefangen warst? Ich hab kurze Zeit später viele Anzeigen kassiert. Sehr viele Anzeigen. Von Drogenbesitz bis hin zu... Möchte ich nicht drüber reden. Schade, einfach so offen. Da hätt' auch drüber reden können. Und dann fing meine Ausbildung an. Körperlich arbeiten musste. Ich musste morgens früh aufstehen, um kurz nach sechs. Ich musste zur Arbeit und bis 16 Uhr. Was ich erstaunlicherweise hinbekommen habe. Wie schafft man's daraus? Digga, man kann halt ernsthaft sich Hilfe suchen. Der ganze Freundeskreis. Nur aus Leuten besteht die Drogen nehmen. Dann musst du halt diesen Freundeskreis einfach mal den Rücken kehren. Und halt wirklich vielleicht einen kalten Entzug machen. Vielleicht mal die Hilfe suchen. Und dann kannst du das auch wirklich schaffen. Also ich bin auch jeden Tag zur Arbeit hingegangen. Nein, ich muss ehrlich sein. Ich habe mich ehrlich gesagt sogar sehr oft krank gemeldet anfangs. Weil ich halt lieber zu Hause chillen wollte und Drogen konsumieren wollte. Aber das war ehrlich gesagt nicht ganz so krass schlimm. Lass es eine Woche in einem Monat gewesen sein. Ich habe mich mit den Arbeitskollegen gut verstanden. Das war alles ganz... Voll komisch, ne? Arbeitskollegen haben nichts gemerkt. Digga, stell dir vor, du redest mit jemandem und du weißt dann einfach, Digga, der Typ ist so geistkrank am Ziehen von Drugs. So, sorry, bei Titus denk mal noch null sowas. Das ist halt genau der, der so Drugs zieht. Man merkt es ja einfach null. Wie einer normalen Ausbildung auch eine Berufsschule gibt. Ich hatte damals einen Kollegen immer mit zur Schule genommen, der leider auch Drogen konsumiert hat. Schultag lief so ab, Leute. Ich erkläre es euch jetzt einmal. Und der Tag ist wirklich so abgelaufen. Mein Kollege hat mich morgens abgeholt. Ich habe die Tür aufgemacht. Er hatte bei der Fahrt einen Joint in der Hand. Er ist losgefahren. Haben währenddessen gekifft. Dann sind wir dort angekommen. Dann sind wir, bevor wir reingegangen sind, nochmal kiffen gegangen. Was ein Scheiß, Digga. Wir haben eigentlich noch kiffen. Dann war die erste Pause. Dann haben wir wieder einen Joint gekifft. Digga, drei Joints innerhalb von vier Stunden oder was? Pause. Dann waren wieder zwei Stunden Unterricht. Dann war wieder Pause. Wir haben wieder einen Joint. Wer hat diesen fucking Konsum finanziert? Dann waren wieder zwei Stunden Unterricht. Es war Feierabend. Wir haben uns einen Joint geraucht. Er hat mich nach Hause gebracht. Wir haben zwei, drei Stunden unseren Rausch ausgeschlafen. Er hat mich wieder abgeholt. Und weiter gekifft. Let's go. Wir haben weiter gekifft. Weiter Nasen gezogen. Ach du Scheiße. What the fuck? Was ist das denn für ein Kackleben, Bro? Respekt, dass du so offen darüber redest. Wirklich. Gott, oh Gott, war das Kacke. Und das Problem war, dass ich dadurch halt wirklich extrem, extrem viel verpasst habe in der Schule. Beziehungsweise um genau zu sein, alles. Ganz ehrlich, Digga, du warst auch einfach tot. Und den ganzen Tag kiffst, dann noch Nasen ziehst du dir und sagst, das schaffst du es doch einfach in der Schule. Da bist du doch am Arsch einfach nur, Mann. Also ich habe es geschafft, ohne Drogen zu nehmen von der Schule zu fliehen. Fast anderthalb Jahre hingezogen. Also so ein Jahr, zwei, drei Monate und drei Monate vor meiner Zwischenprüfung. Leute, ich habe noch nichts gewusst. Ich wusste theoretisch gar nichts. Praktisch ab. Gar nichts. Die Zweiten habe ich zwar hinbekommen, aber so an sich vom Verständnis, vom Lernverständnis, vom technischen Wissen war ich auf dem Stand gefühlt vom allerersten Tag hängen geblieben. Und ich hätte locker, mit Lockerheit die Ausbildung nicht geschafft, wenn folgendes nicht passiert wäre, was mich auch dazu... Oh, jetzt kommt Cliffhanger. Und das, meine Damen und Herren, das erzähle ich euch in der nächsten... Oh, er macht Cliffhanger. War nicht aber sehr interessant, Titus. Danke. Außerdem konnte ich mit dem Chat oder mit euch Schwein sehr gut interagieren und wir konnten gut über sowas reden. Bis zum nächsten Mal.